Die Stadtbücherei Herzberg befindet sich nicht unweit des Marktplatzes in einem ehemaligen Spritzenhaus. In dem Turm wurden ehemals Feuerwehrschläuche zum Trocknen aufgehängt. In der Bücherei befindet sich ein kleines Fenster, wo man noch heute einige Schläuche dort hängen sehen kann. Die zwei großen Tore am Fuße des Turmes dienten zur Ein- und Ausfahrt von Feuerwehrfahrzeugen. Dort befindet sich allerdings nicht der Eingang zur Stadtbücherei. Die Stadtbücherei befindet sich in der Straße am Spritzenhaus, welche die Verlängerung der Rathausstraße ist und trägt die Hausnummer 11. Hier sind die Öffnungszeiten und weitere Informationen in Deutsch und Esperanto angeschlagen. In der Bücherei findet sich vielfältige Literatur, moderne EDV-Kommunikation und eine Vorlese-Ecke für die Kleinen. Immer einen Besuch wert, die Stadtbücherei in Herzberg am Harz.